Der Yokohama C-Drive AC01 ist ein Sommerreifen für PKWs der mittleren und oberen Klasse. Der Reifen eignet sich ideal für die alltägliche Fahrt bei unterschiedlichsten Bedingungen. Wenn Sie Reifen suchen, die Sicherheit mit Fahrkomfort kombinieren, dann wird der Yokohama C-Drive AC01 allen Ihren Erwartungen entsprechen. Der Yokohama C-Drive AC01 bietet eine komfortable und sichere Fahrt mit sportlichem Flair. Das asymmetrische Profil garantiert eine einzigartige Kurvenfahrt und eine optimale Wasserableitung. Der Yokohama C-Drive AC01 steht für Dämpfung von Ungleichheiten, sicheres Manövrieren und kurze Bremswege. Vorteile des Yokohama C-Drive AC01? Sicherheit, optimaler Fahrkomfort, einzigartige Wasserableitung. Mehr als 85% der Portalbenutzer von oponeo.de empfehlen diesen Reifen.